Hallo, ich bin der Thomas. Heute gibt es ein Ofengemüse mit einem Buchweizenrisotto und Austernpilzen. Ich bin der Thomas. Ich bin der Thomas. Mein Name ist Lisa, ich bin Diätologin und in diesem köstlichen Risotto sind vor allem Austernpilze, neben Gemüse. Und Austernpilze sind eben sehr reich an Ballaststoffen und Vitaminen. Und darin etwas an Fleisch. Also alle Fleischtieger unbedingt nachkochen und ausprobieren.